Heute wird ein kleiner Junge heimlich einen Gaming Room im Mediamarkt machen. Ey, richtig krass, dann zock erst mal ne Runde. Ey, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute habe ich special guest dabei und zwar Leontine. Oh, moin, was geht? Leute, heute wird's richtig krass. Erstmal, Leute, ihr müsst alle Leontine abonnieren, Leute. Und gratuliten alle zu den über 20.000 Abonnenten, Leute. Let's go. Schreibt mal Video-Ideen unten in die Kommentare. Und ja, Freunde, heute wollen wir's richtig krass machen, denn wir werden heute einen geheimen Gaming Room im Mediamarkt bauen, Leute. Jetzt im Mediamarkt weiß davon nichts, außer der Chef, Leute. Das heißt, alle Mitarbeiter wissen nichts. Es wird richtig nice. Lasst jetzt gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert unbedingt den Kanal, Freunde. Ey, wir müssen auch Süßigkeiten und so holen. Ja, wir müssen richtig viel kaufen, Leute. Deswegen würde ich sagen, let's go. Wir quatschen nicht lange, sondern wir machen uns jetzt erst mal auf den Weg. Na, let's go. So, Leute, wir haben uns jetzt erst mal vorbereitet, bevor wir jetzt losfahren. Hier nehme ich auf jeden Fall erst mal mein iPad mit. MacBook auch am Start. Und hier haben wir noch richtig viele Süßigkeiten. Prime. Alter, die sind richtig selten auch voll neu. Schau mal, was wir noch alles haben. Hier haben wir den Switch drin. Wir haben unsere richtig krasses Gaming-Zimmer machen. Hier haben wir Süßigkeiten, Spongebob und so. Hier, das hier. Die sind aber auch, die sind richtig geil. Takis haben wir auch am Start. Mal hier, die haben wir auch noch. Boah, richtig geil. Aber gebt euch mal vor allem das hier. Richtig fett, das auch noch. So, ich würde sagen, das sind jetzt die ersten Sachen. Und dann lasst uns jetzt mal losfahren. Wir müssen zum Baumarkt Stromkabel holen. Dann müssen wir noch das wollen. Wir schauen auf jeden Fall mal mit Gaming-Lichten. Dann müssen wir nach Ikea fahren, Leute. Mach ich auch aus. Genau. Leute, ich würde sagen, let's go. Lasst jetzt mal los, ne? Und wir nehmen die Sachen mit. So, Leute, wir haben jetzt hier alles. Eine Playstation habe ich übrigens auch noch am Start. Das nehmen wir jetzt alles mit. Wir haben Switch, Macbook, alles dabei. Süßigkeiten haben wir auch am Start. Wir haben vorhin noch im Candy-Shop. Da haben wir richtig leckere Sachen bei. Lasst jetzt mal reingehen kommen. Let's go, wir gehen jetzt rein. Hoffentlich fallen wir nicht auf, ey. Guck mal, wir haben hier unsere Lampen da. Unser Licht haben wir auch. Ah, wir haben unser Gaming-Licht vergessen. Stimmt, ich hole das nochmal schnell. Mist, ey. Oh Gott. So, Leute, wir sind jetzt hier bei den ganzen Kabeltrommel. Ey, ist das teuer hier. Ja, das sind so Verlängerungskabel. Hier haben wir auch welche. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier solche Kabel, damit wir Strom haben, ne? Brauchen wir auf jeden Fall auch. Nehmen wir hier so ein Ding mit. Alter, 24 Euro? Das müssen wir gucken. Wir gehen jetzt erst mal gleich zum Mediamarkt, bauen die da. So, Leute, ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier das Ding hier mit. 5 Meter, 15,99 Euro. Da haben wir jetzt mal 5 Meter Strom, hoffentlich. Ja, das geht doch eigentlich. Ja, das nehmen wir mit, ne? So, let's go. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erst mal weiter, ne? So, Leute, ich würde sagen, jetzt gehen wir erst mal in den Baumarkt rein. Denn da brauchen wir auf jeden Fall auch eine Stromversorgung. Denn wir müssen natürlich auch gucken, wie wir jetzt da Strom haben, würde ich sagen. Ich habe einen schönen Döner. Genau, hast du noch einen schönen Döner? Let's go. Wir gehen jetzt noch mal rein und gucken, dass du noch eine Kabeltrammel hier irgendwo finden. So, Leute, wir nehmen jetzt das hier. Sehr nice. Und ich habe mir noch überlegt, wir brauchen auf jeden Fall noch... Warte mal, wo haben wir denn noch hier so eine... Die haben wir doch irgendwo hier... Wir brauchen noch so Kabel, so einen Dreierstecker. Wo gibt es denn den hier? Lass mal kurz gucken. So, dann nehmen wir hier so einen auch noch mit, weil wir auch richtig viel Strom haben und alles. Let's go. Das nehmen wir jetzt, würde ich sagen, danach gehen wir weiter, ne? So, Leute, hier sind auch richtig krasse LEDs. Schaut mal, für ein richtig geiles Gaming-Room. Wir haben auch richtig fette LEDs, Leontien. Lass mal hier so welche mitnehmen. Warte mal. Ja, nehmen wir mit. Schau mal, die hier, die sind gut. Dann kaufen wir die. Hashtag Burger Pommes, ne? Ja. Genau. So, Leute, nehmen wir die hier mit. Komm, Leontien, wir packen mal eine, machen mal ein richtig geiles Gaming-Room jetzt. Let's go. Alter, Leute, schaut euch mal dieses Raketenlicht an. Das ist ja richtig fett, ey. Das brauchen wir auch noch. Mein Gott. Das sieht auch geil aus. Ey, lass mal das hier nehmen. Marvin, komm. Ja, ey, das ist auch richtig geil, das für 20 Euro. Ich würde sagen, komm, lass uns auch mal kaufen. Wo ist denn das? Hier ist das, ne? Nehmen wir das auch. Dann brauchen wir noch einen Stecker für. Mach mal auf, guck mal rein. Lass mal reingucken. Ist da ein Stecker dabei? Ja, Steckdruck ist alles dabei. Ich nehme mal mit, Leute. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt angekommen hier bei Mediamarkt. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir gleich an, unseren ganzen Sachen da reinzukommen. Die schließen in 10 Minuten. Wir müssen uns echt beeilen. So, Leute, ich hole jetzt erst mir ganzen Sachen aus dem Auto. Hey, was hast du denn da geholt? Eine Einkaufsfahrung oder was? Ey, wir müssen noch heimlich reingehen, wir können nicht nur in den ganzen Spielzeug da alles reingehen. Digga, oh mein Gott. Ey, wenn die uns erwischen, fliegen wir da acht Kanne aus dem Laden raus. Okay, dann machen wir es jetzt, Leute. Let's go, lass mal alles einladen. So, wir haben jetzt hier alles am Start. Ich würde sagen, wir räumen uns jetzt ein, sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, wir fangen jetzt an. Wir haben ja unseren ganzen Stuff dabei. Ey, hoffentlich fallen wir hier nicht auf, ey. Leute, das ist richtig unauffällig, sag ich euch. Let's go, bist du bereit? Ja. Ey, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir jetzt am besten hier unser Gaming Room bauen, ne? Im Mediamarkt drin. Hast du Lust? Habt ihr gehört? Der hat schon gesagt, die schließen hier gleich. Wir müssen uns richtig sputen, ne? Komm, ich hab eine Idee. Lasst uns das Gaming Room bei den Playstations hinbauen. Was hältst du davon? Ey, ist eine richtig gute Idee, ne? Hör mal. Leute, die schließen hier wirklich gleich. Ey, wir kriegen hier richtig Ärger, glaube ich, wenn die das gleich sehen hier, ne? So, wir gucken jetzt erstmal genau, wo wir jetzt hier hin müssen. Hört mal. Lol. Was ist das für eine Durchsage? Ey, wir können auch in einer Waschmaschine zum Beispiel eins bauen. Wäre auch geil. Wo sind denn die Playstations hier? Hey, die waren doch hier irgendwo, oder nicht? Ach, lol. Die haben die Berge weggemacht. So, dann würde ich sagen, lass mal kurz gucken, wo wir das jetzt hier am besten bauen. Können das ja nicht mehr. Ey, lass mal einfach bei den Xbox bauen, Leute. Komm, komm, wir machen das. Lass mal hingehen. So, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal irgendwo unser Versteck hin, ne? Heimlich Gaming Room. Lass mal gucken, wo wir das hinbauen. Was hältst du davon, wenn wir das... Wir gehen da unten beim Regal drunter. Das ist eine gute Idee, ne? Ey, die haben hier gerade schon die Mitarbeiterin geschmiert. Was ist das hier überhaupt? So, ey, vielleicht können wir auch... Warte, lass mal hier irgendwo gucken. Vielleicht können wir hier drinnen das bauen oder so. Geht das vielleicht? Ne, das ist nicht tief genug. Ey, aber wir können die Kuscheltiere auch nehmen. So, let's go. Wir bauen das jetzt hier irgendwo hin. Unser Gaming Room. Komm, wir bauen das hier unter dem Ding, unter dem Schrank oder so. Weißt du? Was hältst du davon? Ja, das stimmt. Let's go. Mach mal alles weg. Ich lad ein paar Xbox-Konsolen hin. Dann stellen wir die hier hin als Schutzmauer. So, Leute. Ja, ja, mach mal. Mach das hier einfach ordentlich hin. Gleich fliegen wir noch raus wegen dir. Geh mal schnell lieber weg. So, let's go. Wir müssen uns richtig vereinen, Leute. Oh, hier ist noch eine Playstation. Ich lad noch ein paar Xbox-Konsolen schnell auf. Ich mach das schnell. So, ich hab jetzt hier so ein paar Dings hin gepackt. Jetzt sind wir noch ein paar Switches hier. Und das wird in unser... Da bauen wir unser geheimnis Gaming-Zimmer hier hin. Boah, das wird richtig fett, sag ich euch. Oh mein Gott. So, let's go. Sag ich ehrlich, sowas habt ihr gleich noch nicht gesehen. Zum Glück hat uns hier noch kein Mitarbeiter erwischt. Wir müssen uns jetzt echt ein bisschen sputen hier. Nimm mal die Dinger da, die drei Stück, die da stehen. Da vorne. Und wir brauchen noch Strom hier. Genau, stell die mal hier hin. Wir gehen da drunter gleich, beide. Komm, erstell die mit hin. Hier drunter gehen wir, zocken wir da gleich. Ja. Denn werden wir hier alles zu machen? Alter. Das wird richtig geil. Ja. Hier wird unser geheimnis Geheimnis. Ja. Alter, das wird richtig geil. Ja, das wird doch so krass. Hier stellen wir die anderen Konsolen hin. Ja, mach das. Hier, dass alles zu ist. Noch ein paar Switch-Konsolen holen. Ja. Hol mal welche. Let's go. So, hier haben wir alles zugemacht. Wir gehen dann gleich drunter. Da haben wir alles. Ey, wir brauchen hier noch irgendwo Strom her, sag ich euch. Da hinten sind die Switch-Konsolen. Beeil dich. Da unter wird unser Gaming-Room sein. Richtig geil, Leute. Alter. Ist das krass. Da ist unsere Playstation. Können wir gleich noch zocken? Habe ich meine eigene mitgebracht. So kriege ich mir Strom her. Mist, da oben komme ich nicht ran. Willst du noch mal gucken? Oder ist hier auch eine? Ich baue mal schnell hier eine Stromleitung hin, damit wir hier unten auch zocken können und auch genug Strom und alles haben. So, ich habe ja hier alles mitgebracht. Wir bauen hier unter unser Gaming-Room hin. Ey, das wird so krass. Let's go. Ich lege mal schnell die Stromleitung hier hin. Von da hinten bis hier hin. So, Leute. Leontien baut auf der anderen Seite zu. Ich habe hier unser Strom geholt. Ja. Dann gehe ich jetzt gleich hier drunter. Hier ist da unser Gaming-Room. Und baue hier erstmal unsere LEDs auf. Ja. Ne, mach da erstmal alles zu, dass das hoch ist, weißt du? Dass man uns nicht mehr sieht. Dann zocken wir da. Let's go. Ich hole jetzt erstmal die LEDs raus. Boah, das ist echt ein bisschen beeilend, ey. Das sind die LEDs. Ich lege mir dann drunter hin. Boah, das ist richtig fett, sage ich euch alles. Ey, mal gucken, ob das gleich echt leuchtet. Ich bin echt gespannt, Leute. So. Ja, hol mal den Aufsteller da vorne noch her. Mal gucken, ob es jetzt leuchtet. Oh ja, Geist ist krank. Digga, das können wir unterbauen. Boah, ist das fett, ey. Richtig nice, Leute. Stell dich mal da vorne, Leontien. Oh, Leute, wie meint es hier drunter? Ey, das wird so geil, diese Gaming-Room, sage ich euch. Oh mein Gott. Ey, ich klebe das doch gleich da drunter. Jetzt noch das hier da hin und dann wird es richtig fett. So, Leute. Unser Licht können wir da jetzt gleich mal festmachen. Ich habe auch schon einen Sinn gemacht. Ey, richtig fett. Dann können wir auch gleich zocken, ne? Marvin, komm mal her. Was denn, zeig mal, ist das richtig alles zu? Oh ja, richtig fett. Jetzt stellst du den Pappaufsteller noch hin. So hier vor. Ey, jetzt kann man da gar nicht mehr durchgehen. Komm, wir gehen jetzt runter. Lass uns unser geheimnis Gaming umgehen. Let's go. Alter, ist das fett. Digga. Komm, hol die Jacken rein. Wir zocken da drinnen jetzt. Geh mal runter rein da. Boah, ist das fett. Wir müssen die LEDs noch befestigen. Boah. So, Leute, schaut mal hier. Richtig fett. Alter, machst du mal dran? Oh mein Gott. So, lass mal kurz gucken. Warte, lass mich das kleben. Warte, wir haben noch Kultschap. Warte, komm her. Halt mal fest. Nimm mal. Boah, ist das fett hier, Leute. So, Leute, wir bauen das jetzt noch ein bisschen hier. So. Boah, ist das fett, ne? Alter. Machen wir jetzt hier so dran. Warte, bevor. Alter, ist das fett, Leute. Alter. Gib euch das mal hier. Oh mein Gott. Alter. Ey, wir machen hier unseren eigenen Gaming um. Mit dir mal, wie krass das aussieht. Alter. Sei ehrlich, das 10 von 10, ne? Ja. Junge. Geh noch mit dran? Warte. Ey, Leute, die machen schon die ganze Zeit Stress, dass sie hier zu machen wollen. Aber wir machen jetzt unseren geheimen Gaming Room hier hin. So. Jetzt sag ich, wie schnell das hier hin? Schreibt mal in die Kommentare, ob wir nicht ein richtig geiles Gaming Room hier haben. Alter. Und noch unser eigenes Licht hier. Hier können wir zocken. Ich hol mal kurz unsere Tasche her hier. Hier haben wir unsere eigene Bettdecke. Hier können wir chillen. Licht haben wir hier auch. Richtig geil. Guckt euch mal an die Kuscheldecke. Da haben wir noch. Wir gucken hier jetzt richtig fest. So, Leute, ich zeig euch jetzt. Ja, zeig mal, was wir noch so haben, Leontien. Boah, wir können hier richtig geil gucken. Hier können wir zocken auf Macbook. Boah, die gehen schon alle. Genau, hier können wir auf das Switch spielen. Boah, wir haben richtig geile Süßigkeiten auch noch. Alter, richtig fette Taknis. Hier, nehm mal, ich will was trinken hier, bevor wir gleich zocken. Ja, ich will auch was trinken. Ja, warte. Ich fette sie jetzt erstmal weg hier. Ich fette es mal retten. Warte, gib mir auch. Boah. Fanta Apfel ist das. Richtig krass, sag ich euch. Alter. Schmeckt richtig lecker. Lass uns mal kurz gucken, was wir noch haben. So, Leontien, guck jetzt, ob die Luft rein ist. Spiel mal eine Runde Brawl Stars oder so hier. Ja, gib mal. Komm, mach mal. Zock mal hier eine Runde. Hier ist ja richtig geil, Leute. Schaut euch das mal an, ey. Hier gucke ich noch das neue Video von mir und Lukas gerade. Richtig fett. Leontien spielt ja jetzt erstmal eine Runde Brawl Stars. So, Leute, jetzt werdet ihr auch erstmal mit dem WLAN verbunden hier. Gut, dass es das hier auch gibt bei Mediamarkt. Was spielst du jetzt? Du spielst jetzt Brawl Stars, ne? Ey, richtig krass. Dann zock erstmal eine Runde. Ja, mach das mal. Ich gönne mir jetzt erstmal hier ein paar Süßigkeiten hier. Guckt euch mal die an. Richtig fett. Boah, was haben wir denn hier geiles? Boah, ey, Leontien, ich sagte ehrlich, ich komme erstmal hier ein. Komm, fette es mal weg hier. Spongebob-Gummibärchen. Ich spiele euch mal eine Runde. Und schmecken sie? Boah, richtig fett, ey. Was haben wir noch hier? Takis hoffenweise. Was ist das denn geiles? Alter, zeig mal hier. Boah, richtig fett. Für Oreo, ne? Ja, dann schau mal das hier. Boah, guck mal die Zuckerwatte an. Guck jetzt, glaube ich, erstmal das neue Video von iCrimax. Oder ich zock hier eine Runde drauf. Weißt du, was ich als allererstes mache? Ja. Alter, ich heiß nicht, Lukas. Ach so, Marble. Mann. Erstmals das neue Video von Max gucken. Ja, was denn? Als erstes fette ich hier richtig takis. Ja, mach mal. Wir haben ja auch noch richtig geile, geile Dings am Start. Hier läuft gerade ein neues Video von Max. So, wir chillen hier. Alter, unser Gaming-Room richtig fett. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr unser Gaming-Zimmer findet. Wie auch richtig Secret, sag ich euch. Ganzen Playstation-Dings-Konsolen hier. Switch haben wir hier auch noch am Start. Unsere eigene. So, Leute. Ich spiele jetzt hier in unserem Gaming-Room. Spiele ich jetzt auch erstmal eine Runde mit der eigenen Switch, die wir am Start haben. Ich habe richtig Bock. So, ich spiele jetzt hier auch gerade eine Runde Stumbleguys. Alter. Ey, ich spiele jetzt hier Stumbleguys. Zocken nur Runde, macht voll Bock. Let's go. So, Leute. Leontien trinkt noch was. Ey, wir haben hier übrigens auch einen richtig geilen Becher am Start. Guck mal hier, einen Prime-Becher. Ja, richtig fett in unserem Gaming-Zimmer. Wir haben hier auch noch richtig geile... Alter, Dollarscheine. Guck mal hier. Voll? Da ist unser Schild. Mach mal auf. Ja, mach mal auf. Alter, zeig mal die Schokolade. Einfach Schokolade in Dollarzeichen. Wo ist das? Wow. Wir müssen nicht aufpassen, jetzt will nicht erwischt werden. Ich würde sagen, Leute, wir chillen jetzt erstmal ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder. Die Leute gehen hier schon alle. Oh mein Gott. So, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen chillen hier. So, Leute. Ich penne jetzt hier auch erstmal eine Runde. Was denn? Haut dich, ich gebe immer mal eine Kuscheldecke her. Ich muss nicht nach dir probieren. Ja, ja, mach die mal auf. Lass mal testen, ist auch richtig geil. Boah, wir haben ja unser eigenes Gaming-Room bei Mediamarkt, ey. Let's go, ich teste die mal. Boah, Alter, das sind so Körner. So. Boah, irgendwie... Die sieht nicht gut aus. Nee, gar nicht meins. So, ich würde sagen, wir hauen uns jetzt erstmal hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Und dann sehen wir uns gleich. Alter, Leute. Ich glaube, wir sind hier jetzt mal aufgefahren. Wir stehen hier schon vor. Wir müssen jetzt erstmal, glaube ich, abfahren. Wir sind hier, glaube ich, richtig Ärger. Ich würde sagen, wir haben uns hier erstmal lieber gehen, oder? Wir haben schon zweimal gerufen. Aber wir gehen wirklich Ärger. Leute. Ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal ab, ne? Let's go. Alter, Leute, da gab es richtig Stunk, ne? Wir sind einfach rausgeflogen. Achtkern, sage ich euch. Junge, 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 Junge. Wir mussten alles abreißen. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne vorbei. Mediamarkt, Ludwig Tafel, sie sind gerade nochmal eingeblendet. Ganz, ganz richtig gesagt, Leute. Abonniert alle Leontien. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Dankeschön, Leute. Ciao, Klaus. Ciao. Ciao. Ciao.